Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Schinken, bitte. Ich hätte gern Schinken, bitte. Ich möchte Schinken, bitte. Nehmen Sie ein ganzes Stück Schinken oder nehmen Sie den Schinken geschnitten? Geschnitten, bitte. Wie viel? 200 Gramm? Wie viel? 200 Gramm? Nein, das ist zu viel. Bitte 100 Gramm Schinken und auch noch 100 Gramm Speck. Hier, bitte. Ist das alles? Wir haben heute Abend Besuch. Können Sie mir etwas empfehlen? Wir haben heute Abend Besuch. Können Sie mir etwas empfehlen? Wir haben ein gutes Stück Fleisch im Sonderangebot. Es kostet 20% weniger. Wir haben ein gutes Stück Fleisch. Es kostet 20% weniger. Gut, das nehme ich. Für wie viele Personen kochen Sie? Für wie viele Personen kochen Sie? Vier Erwachsene und ein Kind. Vier Erwachsene und ein Kind. Hier, bitte. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das ist alles. Nein, danke. Das ist alles. Das macht 56 Franken, bitte. Bezahlen Sie bar oder mit der Karte? Mit Karte, bitte. Mit Karte, bitte. Vielen Dank. Hier noch Ihre Quittung. Vielen Dank. Hier noch Ihre Quittung. Kann ich bitte noch einen Plastiksack haben? Kann ich bitte noch einen Plastiksack haben? Ja, sicher. Hier, bitte. Ja, sicher. Hier, bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein gutes Abendessen mit Ihrem Besuch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hol bitte einen Einkaufswagen, Daniel. 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 Hast du einen Franken, damit ich den Wagen holen kann? Ja, hier. Was kaufen wir alles ein? Ich habe eine Einkaufsliste gemacht. Gehen wir zuerst zur Früchte- und Gemüseabteilung. Gehen wir zuerst zur Früchte- und Gemüseabteilung. Also wir brauchen Bananen, Äpfel und Orangen. Also wir brauchen Bananen, Äpfel und Orangen. Hier, bitte. Hier, bitte. Daniel, nicht nur einen Apfel, eine Banane und eine Orange. Daniel, nicht nur einen Apfel, eine Banane und eine Orange. Wir brauchen davon je circa ein Kilo. Wir brauchen davon je circa ein Kilo. Oh, ja, ich hole mehr. Oh, ja, ich hole mehr. Jetzt brauchen wir noch einen Brokkoli, je eine rote, gelbe und grüne Paprika, Zwiebeln und Kartoffeln. Jetzt brauchen wir noch einen Brokkoli, je eine rote, gelbe und grüne Paprika, Zwiebeln und Kartoffeln. Eine Zwiebel und eine Kartoffel? Eine Zwiebel und eine Kartoffel? Du Dummkopf, natürlich nicht! Du Dummkopf, natürlich nicht! Nimm circa fünf Zwiebeln und ein Kilogramm Kartoffeln. Nimm circa fünf Zwiebeln und ein Kilogramm Kartoffeln. Schau dort! Es gibt schon einen abgepackten Sack Kartoffeln. Schau dort! Es gibt schon einen abgepackten Sack Kartoffeln. Los, gehen wir weiter! Los, gehen wir weiter! Ich möchte ein neues Rezept für Kekse ausprobieren. Wir brauchen dazu fünf Eier, 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Zucker und eine Tafel Schokolade. Guten Tag! Guten Tag! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe heute diesen Käse gekauft. Er ist aber schon über dem Verfallsdatum. Er ist aber schon über dem Verfallsdatum. Oh, das sollte nicht passieren. Das tut uns leid. Haben Sie noch die Quittung? Ja. Hier. Vielen Dank. Hier ist das Geld. Entschuldigen Sie die Umstände. Entschuldigen Sie die Umstände. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hast du eine Frage? Schreib deine Frage in die Kommentare. Wir werden sie beantworten. Hast du eine Frage? Schreib deine Frage in die Kommentare. Wir werden sie beantworten. Möchtest du gratis online Deutsch lernen? Mehr als 200 Videolektionen. Abonniere unseren Kanal. Möchtest du gratis online Deutsch lernen? Mehr als 200 Videolektionen. Abonniere unseren Kanal.